so willkommen zu der neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go und ich weiß gar nicht was das wird ich habe letztens was gesehen habe gedacht wow das musst du dir aufheben das musste in dem video reinpacken das musste live abholen und gleichzeitig möchte doch ein bisschen die ausbeute so zeigen von der letzten zeit und ein bisschen quatschen angefangen mit safari zone ja das war ja letztens jetzt die safari zone es war das luftabenteuer in taipei erstmal möchte ich dazu hier finion eingeben hier sind nämlich zwei shiny finion und ihr wisst ja wie das immer ist das kleine behalte ich und das große möchte ich dann immer entwickeln das machen wir jetzt erst mal es war also safari zone in taipei und passend dazu weil finion neu als shiny eingeführt wurde gab es weltweit für alle leute eine begrenzte forschung die habt ihr im heute tab gefunden und da musste man ein kilometer laufen zwei kilometer laufen drei kilometer vier kilometer und fünf kilometer und hat jeweils hat man ein finion als belohnung bekommen und wenn man das gemacht hat eine abschluss belohnung noch mal mit sternstab und noch mal ein finion ich habe auf allen 18 accounts die aufgaben durch und ich habe natürlich auch auf dem haupt account das finion fertig gemacht habe aber nichts abgeholt nichts ich habe nichts abgeholt bei finion ich habe gedacht okay das nimmst du später dann in dem video mit rein dann habe ich natürlich vergessen wenn wir jetzt gucken haben wir noch hier eine belohnung hier die befristete forschung makabaya die befristete forschung zu halloween und das war es finion ist natürlich jetzt weg weil es war ja eine begrenzte forschung die lief nur bis ich glaube sonntag abends 20 uhr oder so ich habe sechs finion begegnungen einfach verschwinden lassen das war ist einfach fort ich hoffe ihr habt daran gedacht ihr habt das gemacht ihr seid in den heute tab ihr seid eure fünf kilometer gelaufen ihr habt sechs mal finion abgeholt und ihr habt vielleicht ein shiny bekommen wenn nicht dann weiß ich auch nicht schreibt es berein habt ihr entscheidende finion bekommen aus den aufgaben aus dem heute tab wie gesagt ich habe es bei 18 accounts gemacht beim haupt account habe ich es aber vergessen zum glück gibt es tausch funktionen und so sachen wo man immer an sachen rankommen die man auf anderen accounts bekommen die man sich auf den haupt account tauschen kann aber vielleicht wäre hier ja noch eins drin gewesen was man hätte nutzen können gleichzeitig diese zwei forschungen die ich hier habe befristete forschung zu halloween das ist einmal die fünf euro forschung und das andere ist einmal die ein euro forschung die wurden mir beide gesponsort einmal von sarina einmal von marco fedex danke dafür da möchte ich jetzt auch mal was abholen wenn das geht und zwar gucken wir hier rein es geht nicht wahrscheinlich muss ich erst das obere abholen ist natürlich klar wir holen wir das obere hier ab und haben schon hier ein boom ein shiny makabaya drin und das gab es ja aus feldforschungen das gab es aus eiern und das gab es auch im raid normalerweise würde ich immer mit den kleinen accounts raiden weil ich dafür münzen sammeln aus den arenen das tägliche setzen ich rate mit den kleinen accounts gezielt die shinies weil das kannst du gezielt machen du kannst nicht so gezielt feldforschungen machen wenn du an einem stop drehst kriegst du nicht die forschung raus kriegst ja vielleicht andere forschung die du gar nicht brauchst deswegen ja gut gut geht kann man so lassen und eier das ist auch irgendwie random aber bei raids du siehst das ist der raid und kannst direkt zu dem raid hin und kannst den raid machen wenn es makabaya ist ich musste diesmal keinen einzigen raid machen pupsi hat ein makabaya gebrütet wo sie gesagt hat das darf ich haben und dann habe ich gesehen aus dieser 1 euro forschung wo makabaya auch rausgekommen ist ist hier ein shiny makabaya dabei gewesen das heißt ich habe zwei makabaya jetzt bekommen bin mit makabaya fertig mit dem galler makabaya braucht also keins mehr ich will die restlichen sachen hier mal noch abholen hier drin sind vielleicht verbirgt sich dann noch was das wollte ich mir jetzt das video aufheben extra ja vielleicht na gut jetzt soll ich sagen vielleicht sollte ich doch mit über bällen fangen aber ich habe auch keine anderen bälle mehr ich habe nur noch über bälle dann möchte ich natürlich noch was entwickeln makabaya wohl wenn ich jetzt zwei stück habe müsste ich natürlich auch entwickeln probleme makabaya ist natürlich das ist wieder eins was du als buddy nehmen muss wurde eine aufgabe mitmachen muss die aufgabe für makabaya ist dass du zehn raids gewinnen muss das werde ich versuchen am mittwoch zu lösen wenn ich mich daran erinner dass ich am mittwoch zur raid stunde dann eben das galler makabaya anlegt als buddy dann mich einladen lasst von euch was ist denn hier jetzt hängt das alles da war gerade eine katze hier kommt die zweite katze da sich am mittwoch zur raid stunde galler makabaya anlegt als buddy ihr mich dann ja einladet die dritte katze laute katzen aus der forschung das ist die cat forsch und am ende der raid stunde vielleicht das galler makabaya auch entwickelt vielleicht kriegen das ja einige mit und sagen wir dann noch mal bescheid am mittwoch und sagen ramses ramses denk an dein buddy denk dass du das ding noch hier anlegen muss so ein nachtara ist ja theoretisch auch eine katze oder also interessante mischung was sie hier reinpacken in die aufgaben das ist jetzt fertig das ist nicht fertig bei spezial forschung habe ich noch was das möchte ich auch noch abholen und nächstes thema fm fm gab es ja zwar auch aus eiern man konnte fm sogar auch wild fangen problem es ist halt kein event spawn momentan deswegen ist es halt extrem selten wild weltweit man könnte danach snipen man könnte sich auf eier verlassen ich habe dann versucht wenn ich schon nicht raide mit den kleinen accounts und nicht so viel münzen habe dass ich mit den kleinen accounts wenigstens ein paar eier brüde viele leute am eier gebrütet und habe dann eins aus einem ei bekommen haben wir das auch rüber getauscht und habe jetzt trotzdem auch ein zweites bekommen und zwar vom skinny der etwas von mir bekommen ich habe was von ihm bekommen wir sind uns da einig geworden die wrestler in the house das möchte ich auch gleich noch entwickelt im video möchte aber hier den rest noch abholen so das ist fertig das ist fertig das ist fertig das passt alles das lassen wir mal drin wäre es übrigens das habe ich ja noch gar nicht ich muss ja auch mal bewerten ist ja es geht ein bisschen drunter und drüber so die habe ich jetzt alle gefangen die sind jetzt alle aus der forschung gerade ist da noch was richtig gutes dabei da ist ein na 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 oh mein gott 100 prozent makabaya gerade gefangen im video vor allem das gala makabaya ich habe noch keins gehabt von denen das ist das erste hunderter was ich von dem habe weil die kriegst du ja auch nicht will die hast du ja nur aus den forschungen bekommen du musst es also forschungen machen und jetzt habe ich das nächste problem mit dem musst du ja auch auf ein abenteuer gehen du musst dir hier auch reichen muss zehn raids gewinnen das ist das was ich gemeint habe ich mache jetzt erst mal ein tag dran und zwar 100 prozent das wusste ich nicht das hat mich jetzt gerade selber überrascht und ist das letzte pokémon was ich hier habe also das muss ich dann mal nehmen das muss ich dann mal entwickeln am mittwoch in der raid stunde und gleichzeitig muss ich das aber auch mal entwickeln das wäre sogar ein pokémon was man maxen könnte für max out monday nächste woche oder das ist etwas seltenes weil du es nur aus den forschungen bekommst und ich habe keine forschung gemacht ich habe das jetzt hier einfach aus der spezial forschung oder aus der gekauften forschung also vielen dank noch mal dass ihr mir die zwei forschungen gegönnt habe habe da ein shiny galamakabaya rausbekommen und habe sogar ein hunderter makabaya rausbekommen was will man mehr richtig genial damit hätte ich nicht gerechnet kommen wir noch aber zu fm weil finion haben wir abgehandelt wir kommen zu fm dabei als wie gesagt 2 fm das sieht man auch hier unten noch mal dran der ist getauscht von aiver bikan der hat den gebrütet der ist getauscht vom skinny der hat es auch gebrütet was das höhere 339 400 bonbons brauchen wir wir werden noch eine fm jetzt entwickeln ja dann haben wir finion dann haben wir fm wir haben galamakabaya und theoretisch gab es nur fm und galamakabaya neu als shiny im zweiten teil von halloween sieht es dann wieder anders aus da möchte ich dann aber unbedingt gang a rates machen für kostüme gang a rates für zuschauer direkt schon am donnerstag wer also das ganger shiny sucht mit kostümen kann am donnerstag ab 18 uhr gerne einschalten da werde ich einladen und wenn niemand mitmacht ist mir das auch komplett egal denn ich werde mich dann selber einladen und so viele gang a rates machen bis ich das scheine habe das klingt doch gut oder ich hoffe es dauert nicht so lange naja das wäre aber ein ziel war wahrscheinlich auch aber mit den kleinen accounts lad die ein die haben genügend pässe das hier ist uhafen hier sieht auf jeden fall auch mega stark aus hier auch live entwickelt im video gothic nennts drago da habe ich gesehen sein kleines grünes fm richtig cooles pokémon ich denke immer noch dass das vielleicht irgendwann aber nancy day bekommt was denkt ihr habt ihr ein fm bekommen shiny habt ihr ein galamakabaya bekommen shiny wie fandet ihr sonst bis jetzt teil 1 vom halloween event habt ihr giratina shiny bekommen irgendwas schreibt es mir rein ich glaube das waren meine highlights jetzt erstmal ich muss erstmal klarkommen ich muss auch die forschung erstmal noch weitermachen damit ich dann auch mit dieser super lateine rumrennen kann und ansonsten war es erst mal von meiner seite aus richtig genial ich wollte eigentlich nur meine shinys entwickeln für die folge wollte die so zeigen wollte die drauf machen wusste dass ich das galamakabaya aus der forschung bekommen shiny wollte das hier live zeigen mich noch mal bedanken für die forschung und jetzt hast du noch ein hunderter bekommen hinterher ein hunderter was du so nicht hattest was wirklich durch zufall aus der forschung bekommen muss das freut mich gerade richtig sonst war es das von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer rams ist